bei den Kinder- und Jugendstrachtbergjahren und ich denke mal, das ist am Schluss. Da kann man auch mal ganz besonderer Nachher auswerfen. Das heißt, wir werden auch am Schluss haben wir die Simone Peter-Jörnig und die Sarah Peter-Jörnig. Sie merken also, in der Mitte des Pausen kamen, haben mehr Schwierigkeiten gesucht, als die Pferde, weil sie das auch verhandeln müssen, dass sie nichts auch verloben. Es wird interessant sein, die Kameraführung nachher zu sehen, wenn von oben aus der Himmelsperspektive das Wehen betut und die Alte-Pferde zu sehen sind. Hier haben wir jetzt einen Dachy-Libben-Geschachter, der von oben eine entsprechende Aufnahme macht. Ich glaube, er kommt zwischen Wolken und den man in die Sonne geht. Wolken. Ich bin ein Dachy-Libben-Geschachter, der von oben eine Art Pferde nachher. Und das war's.